Yo, 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 Gang, was geht? Jonas hier am Start für euch und heute geht es um einige der seltsamsten Produkte, die man wahrscheinlich auf Amazon kaufen kann. 2, 1, 2, 1 Bevor es weitergeht, NordVPN war so freundlich, dieses Video zu sponsern. Ein VPN schützt deine Privatsphäre und lässt dich sicher und anonym surfen. Mit einem VPN kann man zum Beispiel auch Geoblocks und Geofiltering umgehen, um Inhalte aus anderen Ländern anzuschauen. Bei NordVPN ist es super einfach, den eigenen Standort zu verändern, alles ist gut verschlüsselt, das VPN ist richtig, richtig schnell, super easy zu bedienen und es gibt auch Apps fürs Handy. Da kann man sich wirklich nicht beklagen und für kurze Zeit könnt ihr euch 75% Rabatt auf einen 3-Jahres-Plan unter nordvpn.com slash simplissimus gönnen. Damit kostet das Abonnement unter 3 Euro im Monat für alle deine Geräte. Außerdem gibt es mit dem Code simplissimus noch einen Gratis-Monat dazu. Der Link zum Angebot ist ganz oben in der Beschreibung, viel Spaß damit und weiter geht's. Apropos Werbung, die Idee für das Video habe ich von einer richtig, richtig genialen Banner-Ad. Und zwar bevor Social Blade, also die Plattform, wo man YouTube-Stats abchecken kann, richtig nutzlos geworden ist, weil man seinen Daily-Subcount nicht mehr sehen kann, habe ich da gekämmt. Also ich war da jeden Tag und habe abgecheckt, wie viele Abos 2BotGuys und Simpli und Rezi so machen. Und Social Blade hat auch, wenn man einen Ad-Blog anhat, so Banner-Ads manchmal, also einfach so diese Poster-Werbungen. Und nur mal kurz ein bisschen Wissen am Rande, die funktionieren normalerweise mega, mega schlecht. Also die meisten Banner-Ads haben übelst schlechte Click-Through-Rates. Also im Verhältnis zu, wie viele Leute diese Banner sehen, klicken die nur wahnsinnig wenige Leute an. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen kreativ werden. Und das, was ich da gesehen habe, das war so richtig, richtig smart. Und zwar haben die einfach mit Amazon-Produkten geworben, mit richtig, richtig verrückten Amazon-Produkten. Und zwar einmal mit einem Life-Sized Velociraptor, also mit einem lebensgroßen Dinosaurier und einer jodelnden Pickel, also einer jodelnden Gewürz-Gurke-Pickel-Rig an der Stelle. Hashtag, bald geht es weiter mit Rick und Morty. Ich bin schon gehypt, ich habe den Trailer gesehen. Naja, ich drifte ab. Auf jeden Fall mega, mega coole Banner-Werbung, richtig, richtig coole Idee. Und ich konnte natürlich nicht widerstehen und habe beides auch mal abgecheckt. Und fangen wir einfach mal an mit dem Velociraptor. Es ist auch kein Scherz, es ist eine riesengroße Velociraptor-Statue. Also eine richtig riesige, schwere Statue, die man sich so in den Garten stellen kann. Und die Reviews sind natürlich entsprechend witzig. Bei solchen Produkten ist es ja oft so, dass einfach nur Trolls Reviews schreiben. Und ein Review fragt sich auch direkt, warum er Werbung für diese Statue bekommt. Für 2.000 Dollar übrigens auch angemerkt. Also die kostet halt auch einfach 2.000 Dollar. Aber auf jeden Fall, einige Leute haben die halt auch wirklich gekauft. Und die sind wahnsinnig, waren sich nicht zufrieden damit. Einer meint auch hier, bestes Kind, das ich jemals verkauft habe, um mir diese Statue leisten zu können. Also die Leute trollen mal wieder fleißig auf Amazon. Ja, also der Lifesize Velociraptor ist eine tolle Investition. Also ich würde ihn auf jeden Fall, ich würde ihn kaufen. Ich würde ihn mir schon holen, wenn ich 2.000 Euro übrig hätte. Wirkt wahrscheinlich auch gut gegen Einbrecher. Kommen wir mal zur Jodeling Pickle. Die scheint, also die scheint wahnsinnig beliebt zu sein. Die hat 725 Ratings und ist auch Amazons Choice. Also so, Amazon sagt, das ist ein tolles Produkt. Die ist wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und die Beschreibung ist schon so gut. Hours of mindless entertainment, Batteries included. Und great gift for the person who has everything except a Jodeling Pickle. So fühlen sich diese Produkte oft an. Also so, wer kauft sowas? Wer kauft eine Jodeling Pickle? Und man kann ja bei Amazon auch immer Fragen stellen. Und die Q&As unter dieser Pickel sind so weird. Das ist alles so komisch. Also jemand fragt, is this waterproof? My friend said she wants to know for ... reasons. So als Grund, ob die wohl wasserdicht ist. Und dann kommt einfach irgendeine Antwort von irgendwem. It can get your friend pregnant and knows not waterproof. So careful when inserting it in wet places. LOL. Dann fragt jemand, what does it do? Wofür ist das gut? Anything you wanted to do. Flips and rolls, babysitting, walking the dog, cooking dinner. But it doesn't jodel. And it isn't just a plastic pickle. Diese Troll-Amazon-Produkte, diese ganzen Troll-Kommentare auch. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich weiß auch nicht, wer diese Leute sind, die sich da die Zeit nehmen, witzige Reviews zu schreiben. Aber ich appreciate es. Ich find's richtig, richtig geil. Also die Jodeling-Pickle kann man auch definitiv mal abchecken, wenn ihr eine gute Zeit haben wollt. Lest euch mal die Kommentare durch und auch die Q&As. Und das hat mich auf die Idee gebracht. Okay, die beiden Produkte, die wurden mir ja jetzt vorgeschlagen durch Werbung. Ich frag mich auch, wer da die Werbung schaltet. Ist das Amazon selber? Ist das Social Blade? Und die verdienen Geld an dem Affiliate-Link, der diese Banner-Ad eventuell ist. Man versteht es nicht. Undurchschaubar. Sehr undurchschaubar. Auf jeden Fall hat mich das auf die Idee gebracht, noch ein paar weitere komische Amazon-Produkte einfach mal so zu googeln. Also steigen wir direkt ein mit den Fingerhands for Fingerhands. Also kleine Fingerhände für deine Fingerhände. Und wenn ihr jetzt verwirrt seid, wenn ihr jetzt verwirrt seid, dann seid ihr nicht allein. Jemand fragt, I'm so confused. Can someone explain the purpose? Thanks. Und die Antwort ist auch so gut. If you have to ask, then you're in the wrong neighborhood of Amazon. I suggest you retreat to the bath towel sets and candy crush merchandise immediately. Damn. Damn, was ein fieser Roast. Also ich meine, da kann man sich doch mal fragen, was hier los ist. Aber nein, das ist die Ecke von Amazon, wo man überhaupt gar keine ernsthaften Antworten mehr erwarten kann. An dieser Stelle also einmal die Fingerhands for Fingerhands. Wie viele Finger sind das? Wie viele? Warte mal. Okay, hier, Matheaufgabe an die Gang. Wie viele Finger hat man an seiner Hand, wenn man Fingerhände hat, die wieder Fingerhände haben? Ne? Ich frage mich auch, ob es da eventuell noch ein anderes Level gibt. Fragt ja auch noch jemand. Interessiert auch jemanden. Gibt es vielleicht auch noch Fingerhände für die Fingerhände der Fingerhände? Ja, das auch nochmal wäre interessant, ob das jemand rausfinden kann. Ach so, hier, 1500 lebendige Lady Bugs, also Marienkäfer. Good Bugs sind das auch. Also das sind echt gute Käfer und die kommen garantiert lebend an. Irgendwie hört sich das grausam an. Das hört sich ganz, ganz fies an. Ist übrigens auch ein Number One Bestseller und hat 3500 Ratings. Dann gibt es hier noch ein Nick Cage slash Mermaid Reversible Pillow. Auch ganz, ganz komisch. Und die Beschreibung Beautifully designed Nicolas Cage Sequence Pillow Cover. Ja, also toll, tolles Design. Da kann ich nur mitgehen. Wahnsinnig tolles Kissen. Und hier gibt es dann auch noch passend dazu das Nicolas Cage T-Shirt, was mir ganz schlimme Anxiety gibt. Jesus Maria, guter Gott, nein, ich kann das nicht lange angucken. Ist auch currently unavailable mit gutem Recht. Sowas sollte man auch nicht verkaufen dürfen. Fiese, fiese Geschichte. Das war jetzt ein kleiner Dip in das ganz, ganz, ganz tiefe Rabbit Hole der Amazon-Produkte. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Hoffentlich so toll. Jetzt Albträume habt ihr von Nicolas Cage. Ich auch, ich auch. Ich habe es mir auch selbst angetan. Also, wenn ihr das hier witzig fandet, geht definitiv mal zum Arzt. Nee, Spaß. Dann können wir daraus auch eine kleine Serie machen. Dann kann ich öfters mal die latest und greatest von Amazon vorstellen. Oder dann könnt ihr mir mal, uns mal witzige Produkte schicken, die ihr irgendwie bei Alibaba gefunden habt. Oder bei, wie heißt denn diese chinesische App? Wish oder so. Ja, weil ich kann mich immer herrlich über sowas amüsieren. Und vielleicht findet der ein oder andere ja auch ein richtig, richtig dummes Geschenk für einen Kumpel oder so durch diese Videos. Quality Content, Quality Produkte. Hier finden sich gerade zwei, zwei Dinge. Oh, die Jag. So, äußerst zufrieden mit der Qualität dieses Videos. Werde ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der ein oder andere fand es ganz amüsant. Und schreibt uns eure Meinung definitiv mal in die Kommentare. Oder schreibt uns auch mal in die Kommentare, wenn ihr noch andere witzige Produkte kennt, die wir mal abchecken sollten. Und ansonsten schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Und feiert gut. Bis zum nächsten Mal.